Worms Revolution Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu Worms Revolution Das ist ein Kindheitsspiel von mir, das ich vor sieben, siebeneinhalb Jahren gespielt habe Das war eines der ersten Spiele, die ich jemals auf dem PC von meinem Cousin gespielt habe Und jetzt kann ich es endlich auf meinem eigenen PC spielen Und wir drücken Enter Let's go! Falls ihr Worms nicht kennt, Worms ist ein Spiel, wo man Würmer kontrolliert und dann halt mit Waffen seine Gegner tötet Wir machen nicht die Kampagne, sondern wir machen jetzt erstmal ein klassisches Deathmatch Ich glaube wir machen ein Deathmatch Ich hatte schon Regeln erstellt, früher Als ich noch hier, ich hätte ihn Cool Story Bro genannt Ich weiß auch nicht warum Und dann fügen wir einfach, äh, hier die Truppe hinzu als KI Und wir können es noch spannender machen, indem wir hier die, ne, wir lassen es so, weil sonst Sonst ist die Zugzeit zu lange Wir machen eins gegen eins, los geht's Oh, und der Kartengenerator Äh, ich weiß nicht, äh, wir haben hier vier verschiedene Wir haben hier den, äh, Kanalisation, Strand, Gruselgarten und so und so und so Ich würde mal die Kanalisation nehmen Und dann würde ich sagen, äh, wir nehmen hier zwei Inseln, oder? Ja, so geht das Und dann nehmen wir noch Viele Minen Ein Sprengfass Ja, natürlich mit Wasser Und dann so Ja, das passt Los geht's Man sieht im Spiel auch an, dass es etwas älter ist, oder? Also das Wasser, was ich dazu gefickt habe, ist dieses kleine Wasserfütze, die kleine Wasserfütze um Ja, das sind meine Würmer Ja Oh, Bruder, der ist ja Ah, super, er hat meine Würmer gepfittet Und die reden auch Und dann gibt's noch den, äh, Soundtrack von mir Gut Äh, das ist mein Arsenal, was ich früher selber gestellt habe Ich glaube, ich werde jetzt wahrscheinlich mal den Fall schon nehmen Der Wind geht nach da Oh, ich glaube, ich nehme So, machen wir das jetzt mal Dann würde ich sagen, dass die dann, äh Clusterbäume runterwerfen Und ich glaube, man stellt damit ein Ja Ja Ach, super, ich... Ich wollte eigentlich, dass es runterfällt, aber... Arsch, wie wollte es anscheinend nicht Zur kleinen Erklärung, das sind Waffenkisten Da sind meistens Waffen drin, wie sie heißen, und... Das sind Geldkisten, hier können sich Geld drin befinden Und er schießt auf Messi Los, Messi Messi hat's überlebt, oder? Und das ist halt ein Heal-Item, sozusagen 82 Uff Messi, geht's dir gut, Messi? Also, irgendwie möchte ich in die Dings reinschussen, weil ich weiß, dass es zu gefährlich ist Deswegen mach ich das so... Witzig, sag nicht, ich hab 18 Schaden bekommen da durch, grade 14 Ich lebe noch, oder? 4 Katze, runter! Scheiße, nein! Katze hat... Die Katze ist immer im Zimmer Und letztes Mal, ihr mögt es kaum glauben, aber meine Katze hat meinen PC ausgemacht Ich hoffe, sie ist jetzt nicht zu traurig, dass ich sie jetzt weggeschickt habe Aber, ich meine, man muss ja doch Verständnis für haben, wenn die Katze den PC ausschaltet Und das möchte ich ja nicht Wenn er das trifft, dann hat er ein Bot Er hat die Waffenkiste zerstört Ich hasse dich so sehr Ja Just you wait Und... Was haben sie gesagt? Und jetzt... Und dann machen wir das so Machen wir die Taktik von grad eben Und diesmal Oder? Jaa, es hat funktioniert Wir haben uns runtergegrabbelt, haben eine Clustergranate geworfen, dann ist er gestorben Wir sind jetzt zwei Würmer gegen drei Würmer Öh, die haben trotzdem mehr HP, weil... Der steckt fest, der muss sich wegteleportieren, sonst... Boah, ich liebe einfach den Soundcheck von diesem Game Nein... Ja... Bunklerbombe Ekelhaft Aber egal Okay Und... Aktivieren Oh mein Gott Perfekt! Kein Schaden Kein Schaden Ah, es gibt natürlich auch Fallschaden im Game Was ich jetzt mache? Ich werfe die heilige Hand, oder? Ich muss genug Platz haben, um... Ich muss genug Platz haben, um... ...mich wegzubefüllen Okay Oh... Das hab ich auch getroffen Jaa, aber er ist tot 100% Sowas hat er nicht überlebt Mal gucken, wie viel Schaden das war 210, ja niemals So, jetzt ist es eigentlich ein 1 gegen 1 Ich glaube wir werfen da gleich eine Bunkerbombe rein Ja, er wird wahrscheinlich den 4er Wurm hier töten Da bin ich mir auch irgendwo sicher Nein! Ach, er wird's noch... Ja... Hä? Er hat ihn einfach... Er hat ihn nicht getötet So, bist du dran? Der Wind weht komplett nach da Also würde ich vorstellen, wir machen das so Ja, komm Die Ark ist unheil Nicht zu nah an die Mine dran Bunkerbombe Und... Ich glaube... Nein, ich bin mir sogar sicher, dass wenn ich das treffe, dass es das war Das war's, mein Freund Und... 83, ja jetzt... Er kann 1 von 2 killen, er kann nicht beide gleichzeitig killen, das war's Da lege ich mich fest Und wenn er es trotzdem schafft, irgendwie uns beide zu killen mit 17 HP Er braucht 2 Züge Und jetzt kann er nur einen töten Oder er tötet einfach keine Weil aufgehen will der sicherlich nicht Ja, er macht es schlauer Ja, er macht es schlauer Das ist jetzt ganz schwierig von da oben nach unten zu kommen Weil man muss ja auch auf Windrichtung und so weiter Okay, der Wind weht nach da Ja... Ja, 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 das war gut Gut, jetzt... Und... Aber wir können es ja schon machen Aber ich mach's lieber nicht spannend No way! Ist das jetzt nur unentschieden? Ist das jetzt nur unentschieden? Ja! Okay, das dürfen wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen Wir müssen nochmal... Und diesmal würde ich den Gruselgarten nehmen Ja, also, das gefällt mir eigentlich So eine Insel und dann halt eben den Gruselgarten Ja, das gefällt mir diese mehr Es ist einfach der Joker Joker gegen Pinguin Ich hab euch noch gar nicht die Mannschaft vorgestellt Ne, das ist Messi, den hab ich euch vorgestellt Und da ist Max und Keks Ja, das ist Keks Und das ist dann halt Pinguin Und er trifft Und er trifft genau drauf Aber irgendwie hat er sich jetzt eine Death Trap gebaut Denn wenn das explodiert, wird er runterfallen Braucht aber etwas, um zu explodieren Okay... Wir könnten das jetzt so machen, dass wir uns dieses Geld holen Was ich eigentlich gerne haben würde, ja... Kann ich euch gleich zeigen, wie man Sachen kauft Okay, wir nehmen mal das Jetpang Und was wir jetzt machen... Ach, ich glaub ich mach das einfach so... Jep, und... Beide kriegen Schaben 63 und 10 Und wenn wir das jetzt explodieren lassen, werden die wahrscheinlich beide sterben Ah, er stra... Ah, er wird mein... Er wird Pinguin... Raushauen, oder? 40... 40... Okay, er hat ihn nicht rausgehauen Okay... Ich werde jetzt versuchen, etwas zu tun Kann ich da stehen? Kann ich da stehen? Das ist die große Frage Ich kann da stehen! Oh mein Gott! Befestige dich Und dann... Und, bist du tot? Nein, bitte nicht Oh, Pinguin lebt noch! Oh mein Gott! Das war so gut! Ja, jetzt kann er aber rausgehauen werden Er kann entweder gegen die Mine gehauen werden Nein, was macht er? Ah, super! Er macht es noch besser! Er macht eine... Müll... Müllige Lenkrakete Oh mein Gott! Das Teil hat ihn aufgefangen! Aber das wird ja jetzt sein Ende sein! Entschuldigung, Bro! Hier hast du eine heilige Granate! Und wenn sie ins Wasser fallen, sind sie tot! Stell dich das immer wie Lava vor! Aber es ist Wasser und die Würmer überleben halt nicht Und dann werden ihnen... Das ist einfach so ein riesiger Plus, wo die nicht überleben Ja, das war's! Er kann eigentlich aufgeben Er hat verloren Weil... Zwei Würmer zu killen wäre vielleicht doch möglich Aber vier Würmer... Na gut, es sind nur drei Weil diese eine dauert Das ist sehr schlau Leider wird der Wurm nicht in den Abgrund gerissen Sondern er kriegt nur Fall Damage Aber was heißt hier nur Fall Damage? Das hat gut Schaden, aber wäre das da unten noch in das Wasser rein, dann wäre es... Noch schlimmer Gut... Das wird jetzt ein bisschen riskant Oh man, ich glaube ich muss alle meine Jetpacks aufbrauchen Gut, aber wenn es das ist, was ich tun muss... Also ich könnte jetzt ganz ehrenlos spielen Wenn er sich jetzt bewegt, dann wird dieser Turret ihn abschießen Also er kann keinen einzigen Schritt machen, er muss sich teleportieren Und dann wenn er sich umdreht Wenn er sich einmal bewegt Ja Ja, aber er hat das Stau gemacht Ja, er ist tot Da wird er selber Schaden gefressen Gut... Aber ich habe jetzt keine Jetpacks mehr Es wird Zeit für einen Wurmtausch Und... Ja, ich glaube... Nee, ich mache seinen Untergang erst gleich Das hat ihn irgendwie gerettet Ja, er wird das nicht schaffen Da ist noch eine Waffenlieferung Er kann sich überall hingraben, aber er wird das nicht schaffen Oh, das war mal... Das war mal... Am Anfang komplett anders Ah, er macht das sogar schlau Aber was er jetzt nicht erwarten wird, ist, dass ich versuchen werde ihn da in das Loch Jetzt komme ich hoch Da komme ich hoch Oh mein... Oh mein... Komm... Trickshot des Jahres Also... So komme ich ja nicht hoch Ich muss mich irgendwie teleportieren Und ich teleportiere mich hier hin Hier ist es nämlich sicherer Sonst wäre es... Wahrscheinlich gewesen, dass ich da runterfallen würde Der hat nicht so viel HP, dass ich sagen würde Der verlebt einen Sturz Der wird ihn jetzt raushauen Naja, er runterspringt ist jetzt ziemlich doof Da macht er nämlich meine Arbeit Nein, er springt aber nicht runter Ja, tschau 24 Fall Damage Aber er ist runter gesprungen Er hat genau das gemacht, was ich... Was ich gerade machen wollte Weil ich... Oder soll ich ihn ertränken? Jo... Ich werde ihn ertränken Und wir haben die Grube aufgefüllt Und er verliert jetzt pro Runde Fünf Schaben Und er kommt hier auch nicht raus Er muss nicht raus teleportieren Aber er macht es schlau Er hält sich über Wasser Lange will er das nicht durchhalten Denn wenn wir einmal noch irgendwie Eine Banane reinwerfen Dann war's das Dann ist er Noch... Mehr tot als tot, also... Er macht es aber echt schlau Also das wird ihn 100% nicht Also zu 80% nicht wissen Dass es ihn nicht umbringen wird Da wird er zu viel HP Und hier jetzt Ist glaube ich Sein... Tod... Gekommen Jetzt sagt man aber nicht, dass ich da... Ich sag mir jetzt nicht, dass ich da nicht hochkomme Ähh... Wisst ihr was, wir machen eine einfachere Todesstunde Wir werfen einfach hier Und, wie viel Schaden hat das gemacht? Acht und... Naja, es hat drei Schaden gemacht Oh, ich glaube, er gewinnt das doch Hahaha Das wäre lustig Ja, aber der kann nicht mehr überlegen Eine Bunkerbombe reicht schon Aber ich werde wahrscheinlich eine heilige Granate reinwerfen Ja gut, er macht es mir noch leichter Also eigentlich wollte ich dann eine Granate reinwerfen Das werde ich vielleicht sogar trotzdem machen, obwohl da einer meiner Leute drin ist Ich könnte jetzt Kamikaze machen Ich möchte irgendwie die Waffen euch alle zeigen Ne, 31 Ja, die werden dann beide zusammen sterben Ok Wer ist das? Sorry, Messi Angela Messi, Angela Messi Es tut mir leid, Angela Messi Sorry, Angela Messi Alle tot, oder? Ja, alle tot Außer ich selber, let's go Let's go So, Eichewax Habt das Spiel gewonnen Und mein Wurm macht ein Dance Let's go, Wurm Wup, Wup So, Leute Dann würde ich sagen, das war's Für eine kleine Runde Worm Worms, Worms, okay Wenn euch das gefallen hat, dann lasst ein Like da Lasst ein Abo da Und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei Vielleicht spiele ich irgendwann nochmal Worms Wenn ihr das wollt, dann schreibt es in die Kommentare Na gut, Leute Das war's von mir Euer Eichewax22 Und Tschüss